Hey doch, was geht ab Leute, Hong hier. Gestern kamen die neuen Entwicklungen unter Sinnohrstein und WP-Änderungen und kleines Event. Richtig viel. Aber in diesem Video erstmal die wichtigste Frage, die haben wir gestern so oft bekommen. Wie kriegen wir den Sinnohrstein? Ich habe gestern den Sinnohrstein abgeholt und direkt ein Gihon hier entwickelt. Es ist ganz einfach, momentan gibt es nur einen Weg und zwar beim 7-Tages-Feldforschungs-Durchbruch. Wenn ihr die 7 Stempel gesammelt habt und dann eure Forschung abholt, dann klickt ihr, ich habe gerade von Spieletrend gehört in seinem Video, nicht garantiert. Also hatten wir Glück anscheinend, aber da kriegt man den Sinnohrstein. Ja, da habe ich mir gestern Ninja Tom-Up geholt, den Stein kassiert und dann die Horn hier entwickelt. Habt die Zuschauer entscheiden lassen, abstimmen lassen und folgende Pokémon können sich momentan weiterentwickeln. Es gibt noch nicht alle möglichen Entwicklungen, zum Beispiel Evoli noch nicht und Griffel und Schlurp und Tangela. Die können sich noch nicht entwickeln, aber folgende Pokémon können sich bereits entwickeln. Gihonio, Elevoltec, Markbrand, Polygon Zett, Togekiss, Kramchef, dann die Entwicklungen von Traumfugel, Skorga, mein alter Kumpel, Sneebel, Zwirlicht und Roselia, Roserade. Das sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Pokémon. Und wenn man momentan nur einmal die Woche durch den Feldforschungsdurchbruch einen Sinnohrstein bekommt, werden das rein theoretisch elf Wochen, bis man die alle entwickeln kann. Sind fast drei Monate, eine lange Zeit. Gestern im Stream meinten ein paar, das wäre eigentlich ziemlich cool, weil da macht es die Pokémon ein bisschen seltener. Ich wollte ja zum Beispiel bei Klamurks einfach alle Bonbons raushauen, ich habe zwölf tausend Bonbons oder so. Und dann ganz viele Klamenschiffe entwickeln für die EP. Dasselbe mit Roselia, da habe ich auch eine Menge Bonbons. Aber, wenn der Stein so selten ist, dann kann ich den Plan erstmal wegschmeißen. Könnt ihr ja unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Bestimmt gibt es dann in der Zukunft auch andere Wege, wie zum Beispiel Montag bei Adventure Sync oder bestimmte Quests oder sowas. Aber, checkt unten in die Kommentare, welchen von denen ihr entwickelt habt oder entwickeln würdet, falls ihr den Stein erst später bekommt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ich den Stein abgeholt habe und dann die Hornier entwickelt habe. Also ich habe einen Screenshot gesehen. Oh cool, alles klar. Und was sagt der Screenshot? Beim Feldforschungsdurchbruch sieben Tage Stempel gibt es den Stein. Oh, das ist morgen. Soll ich die Zeit verspulen und mir das abholen? Dann sehen wir es ja. Nur für euch Leute. Aber Hong, Zeitverspulen ist Cheaten. Macht das nicht, dein Akon wird gewinnt. Egal Leute, für euch. Für euch. Sieben Tage. So, Moment. Ich hole mir den Stein, Leute. Falls es so stimmt. Warte mal. So. Hey, okay. Und wenn nicht, dann hole ich mir einfach einen Ninja Tom für euch ab. Na, der kriegt eine Beere. Schön gemütlich erstmal. Hoffentlich ist nicht diese Jumper-Polizei jetzt hinter mir her, weil ich rumgejumpt bin. Ironie. Kleiner Scherz. Hä, wieso steht da vier Tage? Achso. Das war Pokémon-Twang. Das ist was ganz anderes. Oh, boom. Da ist er. Wer hat geschrieben, dass es nicht funktioniert? Da ist der Stein. Was soll ich entwickeln? Mods, ich brauche eine Umfrage. Ihr könnt abstimmen, was ich jetzt entwickeln soll. Da war er. Da war der Stein. Habt ihr ihn gesehen? Ich hoffe, die Verbindung ist gut genug, dass ihr den gesehen habt. Wir können was entwickeln. Mods, wir brauchen eine Abstimmung hier. Da hat der Saftladen abkassiert. So ist das, Leute. Da war der Stein. Da war der Stein. Alter, spamm doch nicht den Chat-Pol. Wir brauchen eine Umfrage hier. Eine auf Ding. Keine Ahnung. Wie heißt denn der Schmarrn? Wo man diese Umfrage machen kann. Okay. Und schreiben hier. Torgetik, Rihon und Elektrik sind irgendwie gefragt. So, Item, Beutel. Wo bist du? Wo ist der Stein? Wo ist der Stein? Alter. 1106-Name. Alles klar. Seid ihr soweit? Solange die Verbindung noch gut ist. Und komischerweise ist sie gerade gut. Entwickeln wir mal Rizalos. Mit dem neuen Stein. Hier. Sind alle bereit. Und BAM. Huuu. BAM. Okay. Glitzende Kugel. Nochmal schnell. Hier reinhalten für's thumbnail. Nice. Okay, toll. Das hat gar nicht geladen. Das ist kein gutes thumbnail. Dominik, danke für dein Abo, man. Willkommen im Saftladen. Toll. Es lädt gar nicht, man. Auf jeden Fall. Rihonio. 3.733. Glaub mir, das ist ein Rihonio. Auch wenn man nur eine Lichtkugel sieht. Wartet mal. So. Da ist er. Okay, er ist ledig, man. Wir können nicht draufklicken. Wir können's uns so anschauen. Mohit, danke für dein Abo, man. Willkommen im Saftladen. 100% Max Rihonio. 3.733. Ich hab Rihonio katapult. Ich hab keine Ahnung, was da kann. Soll ich ihm mal ein paar Items geben? Achso, ich hab keine Ahnung, was will ich ihm eigentlich geben? Ah, Smento kann er, ja. Kann er. Heftig, nicht schlecht. Dann geb ich ihm wohl... Nicht Surfer? Alter, wieso kann er Surfer, Alter? Ja. Hab nicht geschaut, wie gut er ist als Steinangreifer. Ob er es mit Despotan aufnehmen kann, aber... Oh, das war's. In zwei Monaten kannst du dann 8 Pokémon entnehmen können. Wird's wahrscheinlich auch noch irgendwie anders geben. Wenn nicht, dann, äh, dann wär's richtig leidend. Das wär dann heftig, wenn's nur... eine Ermittlung einmal die Woche gibt. Sinn und Pokédex soll ich mir anschauen? Warte, klar, kann ich gerne machen. Moment, Moment, Moment. So. Da ist er. Da steht er einfach so in der Mitte. Okay, Leute. Das war's. Rihoni entwickelt. Sinderstein abgeholt. WP-Änderungen sind gestern Abend auch live gegangen. Die schauen wir uns in einem anderen Video später noch an. Schaut da auch vorbei. Und heute auch noch Dioxys X-Rates. Viel Glück, viel Erfolg bei denen. Dioxys ist ja auch durch die WP-Änderungen stärker geworden. Ist sogar ziemlich viel, um die 33% erhöht. Aber wie gesagt, schreibt in den Kommentaren, welches von den neuen Entwicklungen ihr entwickeln würdet. Beziehungsweise schon entwickelt habt. Und ansonsten will ich mal liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.